mannach darunter muss ich dringend mann jungen ins wett gehen wir fallen nämlich schon die augen zu ich mach dann auch gleich aber wenn wir fertig sind muss ich auch gleich los ich muss mich noch auf arbeit heute ich hab das nur noch hinten verschoben du musst heute noch arbeiten geht nicht kaputt vor dem kopf geschossen ohne hinder und wie lange hast du deinen dienst keller oder wie lange macht heute bis die knappe der letzte raus ist oder was ja was soll ich sagen bis theoretisch brauchen sie mich nicht auch ich bin freitags halt immer dabei kommen die ganzen stammtische geht es auch mal umgefallen aber wo ist von mir rüber achtung letztlich hier oben da springt gerade runter oben ist auch einer der kommt jetzt habe ich wer ist alles bei einfach das gibt es doch gar nicht ich habe nicht mal die barke erwischt die helferdrohne ist bereit hier richtung b mal gucken ob wir da hinkommen das letzte dran sind zwei dran scheiße ja Du musst da links, steht ein Geschütz, da kommst du nicht hin, wenn du ein Fenster hochst, ich hab mir schon zweimal zeitlich gesegnet. Ich versuch's jetzt mal ja außen rum. Das eine Geschütz ist weg, fast weg. Von wo? Ach, von da. Ach, scheiße. Ich hab die Helferdrohne aktiviert. Hat der Paul ja in die Gruppe gezogen, ne? Oder? Ja. Ja, der Paul ist Paul. Ich weiß gar nicht, wo die immer so schnell her. Ich hab grad drei Stück erledigt und jetzt sind wieder drei da. Ich hab grad drei Stück erledigt und dann sind wieder drei Stück da. Der Tarkin steht hier in dem Durchgang. Oh, ganz, ganz knapp. Ein Strich hat gefehlt. Ich glaub mir, ich lach davor. Welche, meinst du ich? Ja, ja, dass ich mich ja mal wieder beleben können. Ja, ich war gerade da am Schaf machen. Ja, Schaf machen nur. Hände dann aber auch mal in die Arme, ne? Wahnsinn. Ich glaub ich, es geht auch nicht kaputt. Ja gut, die anderen gehen aber wirklich. Also, der Duel Mann ist wirklich schlimm. Ja, ich hab die Helferdrohne eingesetzt. Ah, Farkenträger hab ich draufgehalten. Um Ende. Der Duel Mann, der geht nicht kaputt. Nö. Nö. Doch, sag ihn dir doch. Na, na, einer Biene. Binnen nachladen. Ach so, hier. Ja, der Duel ist weg. Oh, jetzt bin ich auch weg. von tobi diesmal sieht es nicht ganz so schlecht aus ich versuche mal wieder ein weg mit frei zu blocken ich habe sprinten dran So, 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 so! Das ist doch scheiße! So, wo ist die dritte? Mann, die dritte in der Marsch der Welt! Die dritte in der Marsch der Welt! Der Fleck scheint mich aufgerischt! Der kriegt da unten durch! Ja! Der krieg die, ich krieg die hinter dir her! Das gibt's nicht! Das gibt's doch nicht! Jetzt hab ich komplett daneben geballert! Aber volle Hütte! Alles, was im Magazin war! Meine Fresse! Abgegeben! Alter Schwede, das war aber knapp! Alter, Alter! Wow! Alter Verwalter! Benni, ich kann dich nicht wiederbeleben! Ich hab Sprinten dran! Wo gehen wir zuerst hin? Ich bin jetzt bei B! Ich bin doch bei B! B ab! Bravo gesichert! Der Schild ist aktiviert und bereit! Ja! Das Wett steht unten! Da unten, wo der Tunnel hinter mir wurde! Genau hinter mir! Ja! Das war zu spät! Ich glaub, der kann doch auch wieder vergessen! Das ist schon durch! Ja! Wir sollten uns das B konzentrieren versuchen! Ich glaub zwar nicht, dass wir es halten können, aber... Was ist denn falsch? Wäre mal nicht schön! Wäre mal nicht schlecht, ja! Wäre mal nicht schlecht! das hat sich hier hinten die schilder sind aktiviert oh achtung wird gemässert hinter dem grünen schild von der seite ich hatte den rücken frei sagt bescheid jetzt kommen wir von ihnen durch sensor gekommen scheiße jetzt einmal scharf haben kriegen das nicht mehr ab vor allem zusammen reingehen von denen habe ich einen platz zu machen dauert noch fünf minuten oh man ok 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 Noch 30 Sekunden! Noch 30 Sekunden! Jetzt wird es wieder gemessert. Fünf, vier. Haben wir es geschafft jetzt? Ja, das war aber anstrengend. Was kommt da noch? Ah, die haben spawned da hinten in der Ecke irgendwo. Kann man wiederbeleben, die hier, hinter euch. Ich bin Richtung Ziel. Noch einnehmen. Ah, da oben ist noch einer. Da haben wir uns alle. Ich hab Charlie. Ich geh mal Richtung A. So nicht mein Freund. Diesmal hab ich ihn ausgetrickst. Sack. So nicht das ist. So nicht sein. Das ist alles. So nicht mein Freund. und 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 ein Mann 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 mal verein zu nehmen das gibt es gar nicht das letzte jetzt durch gerammelt da steht noch jemand hinter der ecke vorsicht der tarquin stand in der ecke ich gehe richtung schon mal drei sehr schön das brauchen wir auch gucken wir uns auf die balken die richtung charlie versuch mal von hinten alter schwede ich mache einen scheiß hier gerade ok ich gehe richtung ja wir sehen gut aus ich gehe mal richtung c ich gehe richtung Ah! Oh, die haben da hinten wieder einen Spawn! Na, immer hin! Na ja, ne. Es braucht ja auch mal Zeit, dass wir wenigstens mal... Also wir sind nämlich eigentlich ein gutes Team hier. Die Helfer-Drohne ist einfach... Ja! Wir holen euch heute! Vielleicht kommen die Sprüche. Letzte Runde haben wir euch gewinnen lassen. Ja ja, garantiert, garantiert! Ich muss euch in den Heisen drehen, Junge. Was macht ihr denn? Das ist immer wieder schön. Wofür machst du den am Spawn da? Ja, da habe ich mich verheirrt. Ja! Oh, diesmal habe ich einen Dubelmann... Also schön... Kann ich nicht sagen. Diesmal fällt er um. Das lag bestimmt... An der Map, dass er irgendwie eine komische Leitung hatte oder so. Will ich mal... Muss ich mal sagen. Denn eben ist er... Habe ich ihn schön angenatzt und irgendjemand hat ihn umgehauen gleich. Oh mein Gott! Mal rumdrehen! Hallo Dubelmann! Der fällt da oben, wenn der Angel kratzt ist. Brauchten wir zwei Leute, gell? Damit... Die sind da oben auf der Brücke. Gerade eingesehen. Okay. Oh, das ist gut. Warte, die Luftunterstützung macht ja nicht. Warte, die Luftunterstützung macht ja nicht. Geteilte Eliminierungsvorlage... Jawoll! He! Alter Schwede! Warte! Ich hab' die Luftunterstützung gemacht. Ich hab' die Luftunterstützung gemacht. Warte! Warte, ich hab' den hier drinnen! Ich hab' den hier drinnen! Das war's. So, haben wir mal einen wieder mal erwischt. Noch eine Minute. Ich wiederhole. Noch eine Minute. Verstecken sie sich wieder, weil sie führen. Ja, ja. Ah, du Fußtaktik. Ah, du Fußtaktik, genau. Helferdrohne bereit machen. Aber haben sich nicht gut versteckt. Haben sich nicht gut versteckt. Hast einen gefunden. Ja, ja. Ich patrouilliere hier hinten, aber hier passiert nicht wirklich was. Ah, jetzt können wir da. Top-Face ist sie mit einem Häuschen, wo du die Bombe scharf machen musst. Aber nicht auf unserer Seite, auf der anderen Seite. Oben drin. Schießt auf dem Fenster. Ah, jetzt ist er natürlich nicht mehr hier. Oh. Oh, das war aber knapp, oder? Ich hab mir gedacht, wir führen jetzt zum Schluss. So, mit dem Balken her gesehen. Die Schlacht ist gewonnen. Aber der Krieg geht weiter. Der Krieg geht weiter. Yeah. Na ja, na ja, gut. Schönes Ding. Na. Aber die Ehre haben wir gerettet hier mit der Runde mit 3-2. Auf jeden Fall, in so einer Wechsel heißt er eigentlich auch, dass es relativ ausgeglücklich war.